Eine staubige Angelegenheit war unser Scheibenvergleich an der Kurzscheibenegge Carrier 500 von Federstadt. An dieser Maschine haben wir die fein verzahnte Standardscheibe mit der neuen Crosscutter-Disc auf triticale Stoppeln verglichen. Für diesen Vergleich montierten wir zunächst die Standardscheibe mit einem Durchmesser von 450 mm auf der Kurzscheibenegge. Im Anschluss arbeiteten wir damit in definierten Arbeitstiefen mit zwei unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten. Nach den Testfahrten mit der Standardscheibe schraubten wir die neue, gewählte Crosscutter-Disc mit ebenfalls 450 mm Durchmesser an die beiden Scheibenreihen und setzten sie nach den ersten Einstellbahnen in den Anschlussspuren zur Standardscheibe ein. Jeweils mit der gleichen Arbeitstiefe und derselben Fahrgeschwindigkeit. Erste Unterschiede konnte man sofort vom Fahrersitz erkennen. Zum Beispiel, dass die Crosscutter-Disc deutlich mehr Feinmaterial aufwirbelt. Alle weiteren Erkenntnisse und Daten rund um die neue Scheibe sowie unsere Erkenntnisse zum Bearbeitungsprofil und den ackerbaulichen Vor- und Nachteilen der beiden Scheiben finden Sie in der aktuellen Profi-Ausgabe 11 2018. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.